Im Kugelstoßen sind die großen Gegner Torrens, USA, Berlund, Finnland und Wölke, Deutschland. Es stösst der deutsche Zehnkämpfer Siebert. 14,79 Meter, Kuntzi, Finnland. 14,61 Meter, Torrens, der amerikanische Weltrekordmann. 15,38 Meter, der Schwede Berg. 15,01, Prenzis, USA, 15,55 Meter, Stöck, Deutschland. 15,66 Meter. Der finnische Meister Berlund, Wölkes stärkste Gegner. 16,03 Meter, neuer olympischer Rekord. Wölke, Deutschland. 15,96 Meter, sieben Zentimeter weniger als der Finne. Der letzte Stoß von Berlund. Noch weiter. 16,12 Meter. 18,11 Meter. Schalke, letzter Versuch. 16,20 Meter, Sieg des Deutschen. Erster, Völke, zweiter, Berlund, dritter, Stöck.